Hey Leute, willkommen zu einem neuen Gameplay von mir. Diesmal spielen wir Just Cause 3. Ich habe ja leider immer noch keine Wünsche für andere Spiele oder ähnliches erhalten und deshalb dachte ich mir, nehme ich mir einfach mal Just Cause 3 und fang damit an Gameplay zu machen. Ihr dürft natürlich nach wie vor Kritik äußern in den Kommentaren oder auch Wünsche für Spiele äußern. Ich hoffe euch gefällt das Gameplay und wünsche euch natürlich viel Spaß. Das ist ein absoluter Wahnsinn! So, Explosion verhindert. Trotz zahlreicher, aber haltloser Berichte über Menschenrechtsverletzungen hält General Di Ravellos eiserner Griff stand. Einige Kritiker wurden angeblich zu Zwangsarbeit verurteilt und bauen jetzt das geheimnisvolle Bavarium an, während andere einfach verstecken. Die Macht des Bavariums sollte niemand nutzen. Für dich mache ich das gerne. Gern geschehen, mein Junge. Brennt sie nieder. Ja! Ja! Das war's für heute. Das ist doch ein Riesenhaufen Scheiße. Glaubst du dem Kerl etwa Rico? Ankunft bei LZ. Vier Minuten. Morgen Sonnenschein. Aufwachen, Rico. Showtime. Sheldon, wo ist das gute Zeug? Oh Mann, wenn ich das wüsste. Scheiße, vielleicht gibt's überhaupt kein gutes Zeug. Ist das für die Rebellen? Oder ist es für die Ravello? Ich weiß auch nicht. Ist schwer, den Überblick zu behalten. Seit Panao hat sich also nichts geändert. Oh, da kann man halt nichts machen. Weißt du, Sebastiano di Ravello sitzt auf einer Tonne Bavarium. Und das macht ihn zum allerbesten Freund der Agency. Das war mal meine Heimat, Sheldon. Tja, dann genieß deine Heimkehr, mein Junge. Und dann ist die 45er nicht. Also, du triffst dich mit deinem Freund, oder? Mario, wir kennen uns schon eine Ewigkeit. Gut, gut. Noch zwei Klicks zur Landezone. Das hier sieht gut aus. Und jetzt? Was hast du denn vor, Junge? Ich würde sagen, was Subtiles. Und auf geht's! Das ist der verdammte Schießpunkt, der da unten! Schieß zurück! Bodenluftraketen! Zerstör die Batterie schnell! Noch mehr Batterien, zerstör sie! Vorsicht, noch mehr Raketen! Vorsicht, noch mehr Raketen! Ich hoffe, du lebst noch! Ich hoffe, du lebst noch! Ich könnte hier Hilfe brauchen! Komm hier drauf und hilf mir! Und beeil dich! Die Miliz ist hier! Mach sie fertig! Ich wette, ihr habt dich mit Rico! Okay, Ranzoom geht anscheinend nicht. Das ist ja ewig her! Jahre! Du kommst genau im richtigen Moment! Die Ravello-Soldaten hätten mich ohne zu zögern erschossen, diese... Nicht schlecht, Mario. Du hast seit dem letzten Mal einiges dazugelernt. Ja, du machst das auch nicht schlecht, ne? Du vergisst immer noch deine Deckung! Dabei ist die Deckung das Allerwichtigste! Das ist ein absoluter Wahnsinn! Ich hab dich mit dem Flugzeug gesehen! Und dann so... Super! Super! Das war einfach unglaublich! Idiot! Bin froh, dass du zurück bist! Ich bin auch froh, dich zu sehen, Mario. Die Rebellen! Es sieht übel aus! Wir müssen da hin! Hey! Mario! Ich fahre! Ich fahre! Mal kurz einen Ticken leiser! Weil es doch schon ziemlich laut ist. Ich weiß nicht, wie es für euch ist, aber für mich... Mario! Mario! Wo steckst du? Die Nagel uns hier fest! Wir kommen! Gib Gas, Rico! Du bist jetzt ein Ravel! Du weißt, wie das ist! Eines führt zum anderen und dann... BAM! Mario Frigo kämpft mit einer Schrottflinte gegen die Ravel! Wir haben... Ja, wir haben... Weiß ich mal nicht! Okay, du... Ein Kontrollpunkt! Fahr weiter, Rico! Ich gehe mal... Seine Miliz hat alle Städte besetzt und die Polizistationen in Festungen verwandelt! Ich musste kämpfen! Du wirst sehen, Rico! Medici hat sich ziemlich verändert! Über den! Da sind sie! Da sind sie! Ich wünschte, du könntest den Panzer nehmen, aber der fährt nirgends mehr hin! Tja... Und die Kanone funktioniert noch? Du bist ein Genie, Rico! Ich könnte dich füßen! Kalle mir viel unter! Wir haben sie mal gefunden! Sie sitzen auf den Weg! Die Vernichtung naht. Die Farm ist umstellt. Werde in Kürze überrannt. Erbitte Unterstützung. Kannst du das regeln, Rico? Du musst sie beschützen. Ich komme nach. Kein Problem, Mario. Immerhin sind die Ladezeiten noch recht kurz, wenn es nur mal welche gibt. Den Helikopter, Frater. Guten Morgen, Bürger von Medici. Ich bin, offensichtlich, die neue Stimme des Nachrichtensenders des Generals. Eurer einzigen, legalen Nachrichtenquelle. Eine weitere erfolgreiche Diravello-Buche liegt hinter uns. Kleinere Gruppen von aufständischen werden von unseren Truppen schon bald vollständig ausradiert. Viva Medici. Bist du die Verstärkung? Kling dich hinter das Geschütz auf dem Turm! Mit! Werde? Das war's für heute. Wir haben es geschafft. Klar, oder? Ich meine, ich war es und du hast mir geholfen. Wir sind ein gutes Team, oder? Riga und Eszter. Wir beide wären das perfekte Film, du. Ich sehe ja bombastisch aus. Ah, da bist du ja. Dima. Dima Ali Umar Al-Mazri. Radius nicht gebrochen. Scaphoid intakt. Ah, das Hackenmodell ist veraltet. Hm, antik. Zeit für ein Upgrade. Komm vorbei, wenn du passt. Äh, wenn es dir passt. Man wird sich ja wohl nochmal versprechen dürfen. Dima. Dima, ich freue mich auch, dich zu sehen. Oh, hallo. Dein Greifarm ist sehr veraltet. Komm zu mir für ein Upgrade. Ähm, ja, ich würde sagen, das mit dem Upgrade machen wir direkt im zweiten Video. Dann beende ich das Video hier. Danke fürs Anschauen. Ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Video weiter. Und vergesst nicht, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt für Games oder so, oder irgendwelche Punkte, Thema Kritik oder Verbesserungsvorschläge, einfach haut es in den Kommentaren bei. Ich fange gerade erst an. Ich bin immer offen für Neues. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.